Die Sapiens, die vor 100.000 Jahren in Ostafrika lebten, waren rein äußerlich nicht von uns zu unterscheiden und hatten schon genauso große Gehirne. Aber dachten und sprachen sie auch wie wir? Vermutlich nicht. Sie verwendeten noch keine sonderlich ausgefeilten Werkzeuge, vollbrachten keine auffälligen Leistungen und hatten gegenüber anderen Menschenarten kaum einen Vorteil. Im Gegenteil, als sich einige von ihnen vor rund 100.000 Jahren in den Nahen Osten vorwagten, in dem damals die Neandertaler lebten, konnten sie sich dort nicht lange halten. Wir wissen nicht, ob sie von ihren feindseligen Vettern, dem ungünstigen Klima oder unbekannten Parasiten vertrieben wurden. Tatsache ist jedenfalls, dass sich die Sapiens wieder zurückzogen und die Levante den Neandertalern überließen. Das Scheitern dieser Unternehmung lässt darauf schließen, dass sich das Gehirn der damaligen Sapiens strukturell ganz erheblich von unserem Gehirn unterschied. Sie sahen zwar äußerlich so aus wie wir, doch ihre kognitiven Fähigkeiten, ihre Lernfähigkeit, ihr Gedächtnis und ihre kommunikative Kompetenz waren noch vergleichsweise begrenzt. Es hätte vermutlich wenig Zweck, diesen Ur-Sapiens eine moderne Sprache beibringen, sie in einer Religion unterweisen oder ihnen die Evolutionstheorie erklären zu wollen. Umgekehrt würde es uns wahrscheinlich genauso schwerfallen, ihre Sprache zu lernen oder uns in ihren Kopf zu versetzen. Aber eines Tages, irgendwann vor 70.000 Jahren, begann der Homo Sapiens, erstaunliche Leistungen zu vollbringen. Damals verließen neue Gruppen von Sapiens den afrikanischen Kontinent. Dieses Mal vertrieben sie die Neandertaler und die übrigen Menschenarten, und zwar nicht nur aus dem Nahen Osten, sondern vom gesamten Planeten. Innerhalb kürzester Zeit breiteten sich die Sapiens bis nach Europa und Ostasien aus. Vor rund 45.000 Jahren gelang es ihnen, irgendwie das offene Meer zu überqueren und bis nach Australien vorzudringen, einen Kontinent, auf den bis dahin noch kein Mensch seinen Fuß gesetzt hatte. Sie erfanden Boote, Öllampen, Pfeil und Bogen und sogar Nadeln, mit denen sie sich warme Kleider nähen konnten. Die ersten Gegenstände, die man als Kunst und Schmuck bezeichnen kann, stammen aus dieser Zeit, genau wie die ersten Hinweise auf Religion, Handel und gesellschaftliche Schichten. Die meisten Forscher sehen in diesen beispiellosen Leistungen einen Hinweis darauf, dass die kognitiven Fähigkeiten des Homo Sapiens einen Quantensprung gemacht hatten. Die Menschen, die den Neandertaler ausrotteten, Australien besiedelten und den Löwenmenschen schnitzten, dachten und sprachen bereits so wie wir. Wenn wir den Schöpfern dieser Elfenbeinfigur begegnen würden, dann könnten sie unsere Sprache lernen und wir ihre. Wir könnten ihnen unser Wissen vermitteln, von Alice im Wunderland bis zur Wunderwelt der Quantenmechanik, und sie könnten uns erklären, wie sie die Welt sehen. Die Entstehung neuer Denk- und Kommunikationsformen in dem Zeitraum, der vor rund 70.000 Jahren begann und vor etwa 30.000 Jahren endete, wird als kognitive Revolution bezeichnet. Was war der Auslöser dieser Revolution? Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Die gängigste Theorie geht davon aus, dass zufällige Genmutationen die Kabel im Gehirn des Sapiens neu verschaltet hatten und dass sie deshalb lernen konnten, in noch nie dagewesener Weise zu denken und mit einer völlig neuen Form von Sprache zu kommunizieren. Diese Veränderung könnte man als Baum der Erkenntnis-Mutation bezeichnen. Aber warum passierte sie nur in den Genen des Homo Sapiens und nicht im Erbgut des Neandertalers? Soweit wir das heute beurteilen können, war das reiner Zufall. Aber es ist viel interessanter, sich die Folgen dieser Mutation anzusehen, als nach ihren Ursachen zu suchen. Was war denn so besonders an der neuen Sprache des Homo Sapiens, dass sie uns die Eroberung der Welt ermöglichte? Es war schließlich nicht die erste Sprache. Jedes Tier hat seine eigene Sprache. Selbst Insekten wie Bienen und Ameisen verwenden ausgeklügelte Kommunikationssysteme, um sich über Futterquellen zu verständigen. Es war noch nicht einmal die erste Lautsprache. Viele Tiere kommunizieren mit Hilfe von Lauten, darunter alle Affenarten. Grünmeerkatzen verständigen sich beispielsweise mit unterschiedlichen Schreien. Einen dieser Schreie übersetzten Affenforscher als Vorsicht Adler und einen anderen, der etwas anders klingt, mit Vorsicht Löwe. Als die Forscher einer Gruppe von Grünmeerkatzen eine Tonbandaufnahme des ersten Schreis vorspielten, hielten die Tiere inne und spähten ängstlich in den Himmel. Und als dieselben Affen eine Aufnahme der Löwenwarnung hörten, kletterten sie eilig den nächsten Baum hinauf. Sapiens können deutlich mehr unterschiedliche Laute hervorbringen als Grünmeerkatzen. Doch Wale und Elefanten haben ein ähnlich beeindruckendes Repertoire wie wir. Papageien können sämtliche Laute nachahmen, die wir von uns geben, und obendrein eine schier endlose Vielfalt anderer Geräusche wie klingelnde Telefone, zuschlagende Türen oder heulende Sirenen imitieren. Was ist also das Besondere an unserer Sprache? Eine mögliche Antwort ist die extreme Flexibilität. Mit einer begrenzten Zahl von Lauten und Zeichen können wir eine unendliche Zahl von Sätzen mit ihrer jeweils eigenen Bedeutung produzieren. Damit können wir gewaltige Mengen an Information über unsere Umwelt aufnehmen, speichern und weitergeben. Eine Grünmeerkatze kann ihren Artgenossen zurufen Achtung Löwe, aber ein Mensch kann seinen Stammesgenossen berichten, dass er heute Morgen in der Nähe der Flussbiegung einen Löwen gesehen hat, der eine Büffelherde beobachtete. Er kann den Ort genau beschreiben und erklären, wie man dort hinkommt. Mit dieser Information kann die Gruppe gemeinsam überlegen, ob sie sich zum Fluss aufmacht, um den Löwen zu vertreiben und die Büffel zu jagen. Eine zweite Theorie geht ebenfalls davon aus, dass sich unsere Sprache entwickelte, um Informationen über die Umwelt auszutauschen. Doch nach dieser Theorie ging es den Menschen nicht darum, sich über Löwen und Büffel zu unterhalten, sondern über ihre Artgenossen. Mit anderen Worten dient unsere Sprache vor allem der Verbreitung von Klatsch und Tratsch. Der Homo sapiens ist ein Herdentier und die Kooperation in der Gruppe ist entscheidend für das Überleben und die Fortpflanzung. Dazu reicht es nicht aus, zu wissen, wo sich Löwen und Büffel aufhalten. Es ist viel wichtiger zu wissen, wer in der Gruppe wen nicht leiden kann, wer mit wem schläft, wer ehrlich ist und wer andere beklaut. Es ist ganz erstaunlich, wie viel Information man aufnehmen und im Kopf haben muss, um das sich ständig verändernde Beziehungsgeflecht zwischen einigen Dutzend Personen im Blick zu behalten. In einer Gruppe von 50 Menschen gibt es allein 1.225 Zweierbeziehungen und eine schier unüberschaubare Vielzahl von Dreiecks, Vierecks und anderen Übereckbeziehungen. Sämtliche Affenarten haben großes Interesse an sozialen Informationen, aber keine kann so gut klatschen wie wir. Neandertaler und die ersten Sapiens waren vermutlich noch nicht besonders geübt darin, hinter vorgehaltener Hand über andere zu reden, eine Fähigkeit, die in letzter Zeit etwas in Misskredit geraten ist, obwohl sie eine entscheidende Voraussetzung für die Zusammenarbeit in größeren Gruppen ist. Mit der neuen Sprachkompetenz, die der moderne Homo Sapiens vor rund 70.000 Jahren erwarb, konnte er dagegen stundenlang über andere tratschen. Mit Hilfe von verlässlichen Informationen über zuverlässige Mitmenschen konnten die Sapiens ihre Gruppen stark erweitern, enger miteinander zusammenarbeiten und komplexere Formen der Zusammenarbeit entwickeln. So witzig die Klatschtheorie vielleicht klingen mag, sie wird von vielen Untersuchungen bestätigt. Machen wir uns nichts vor. Unsere E-Mails, Telefongespräche oder Zeitungsberichte bestehen bis heute zum größten Teil aus Klatsch. Dass er uns so leicht über die Lippen kommt, lässt vermuten, dass sich die Sprache tatsächlich zu diesem Zweck entwickelt haben könnte. Sie glauben doch nicht etwa, dass sich Geschichtswissenschaftler beim Mittagessen nur über historische Ereignisse austauschen, oder dass Physiker ihre Kaffeepause mit der Erörterung von Quarks zubringen. Natürlich nicht. Sie unterhalten sich über die Professorin, die ihren Mann mit einer anderen erwischt hat, über den Streit zwischen dem Fachbereichsleiter und der Dekanin oder über das Gerücht, dass sich ein Kollege von den Forschungsgeldern der Studienstiftung, einen Mercedes, gekauft hat. Klatsch beschäftigt sich vor allem mit Fehltritten. Die ersten Journalisten waren Klatschbasen, die den Rest der Gruppe vor Betrügern, Hochstaplern und Schnorrern warnten. Beide Hypothesen, die Klatschtheorie und die Löwe-am-Flusstheorie, haben einiges für sich. Doch das wirklich Einmalige an unserer Sprache ist nicht, dass wir damit Informationen über Menschen und Löwen weitergeben können. Das Einmalige ist, dass wir uns über Dinge austauschen können, die es gar nicht gibt. Soweit wir wissen, kann nur der Sapiens über Möglichkeiten spekulieren und Geschichten erfinden. Legenden, Mythen, Götter und Religionen tauchen erstmals mit der kognitiven Revolution auf. Viele Tier- und Menschenarten konnten vor sich Löwe rufen, aber dank der kognitiven Revolution konnte nur der Sapiens sagen, der Löwe ist der Schutzgeist unseres Stammes. Nur mit der menschlichen Sprache lassen sich Dinge erfinden und weitererzählen. Man könnte sie deshalb als fiktive Sprache bezeichnen. Nur der Mensch kann über etwas sprechen, das gar nicht existiert und noch vor dem Frühstück sechs unmögliche Dinge glauben. Einen Affen würden sie jedenfalls nie im Leben dazu bringen, ihnen eine Banane abzugeben, indem sie ihm einen Affenhimmel ausmalen und grenzenlose Bananenschätze nach dem Tod versprechen. Auch so einen Handel lassen sich nur Sapiens ein. Aber warum ist diese fiktive Sprache dann so wichtig? Sind Fantasiegeschichten nicht gefährlich und irreführend? Ist es nicht pure Zeitverschwendung, sich Legenden über Einhörner auszudenken, und würden wir unsere Zeit mit Jagen, Kämpfen und Vögeln nicht viel besser nutzen? Gefährdet es nicht sogar unser Überleben, wenn wir uns den Kopf mit Märchen füllen? Aber mit der fiktiven Sprache können wir uns nicht nur Dinge ausmalen, wir können sie uns vor allem gemeinsam vorstellen. Wir können Mythen erfinden, wie die Schöpfungsgeschichte der Bibel, die Traumzeit der Aboriginals oder die nationalistischen Mythen der modernen Nationalstaaten. Diese und andere Mythen verleihen dem Sapiens die beispiellose Fähigkeit, flexibel und in großen Gruppen zusammenzuarbeiten. Ameisen und Bienen arbeiten zwar auch in großen Gruppen zusammen, doch sie spulen nur starre Programme ab und kooperieren nur mit ihren Geschwistern. Schimpansen sind flexibler als Ameisen, doch auch sie arbeiten nur mit einigen wenigen Artgenossen zusammen, die sie gut kennen. Sapiens sind dagegen ausgesprochen flexibel und können mit einer großen Zahl von wildfremden Menschen kooperieren. Und genau deshalb beherrschen die Sapiens die Welt, während Ameisen unsere Essensreste verzehren und Schimpansen in unseren Zoos und Forschungslabors herumhocken. Die Peugeot-Legende Unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, leben in kleinen Gruppen mit wenigen Dutzend Artgenossen. Sie pflegen enge Freundschaften und kämpfen Seite an Seite gegen Paviane, Geparden und feindliche Schimpansen. Ihre Rudel sind hierarchisch organisiert und das Leittier, fast immer ein Männchen, wird als Alpha bezeichnet. Andere Männchen und Weibchen demonstrieren diesem Alpha-Männchen ihre Unterwürfigkeit, indem sie sich vor ihm ducken und dabei Grunzlaute ausstoßen. Fast wie menschliche Untertanen, die sich vor dem König auf den Boden werfen. Das Alpha-Männchen ist darum bemüht, die Harmonie in der Horde zu erhalten. Wenn sich zwei Schimpansen in die Haare bekommen, geht er dazwischen und trennt die Streitenden. In seinen weniger sozialen Momenten beansprucht er die besten Leckerbissen für sich und hindert seine männlichen Untergebenen daran, sich mit den Weibchen zu paaren. Wenn sich zwei Männchen um die Alpha-Position streiten, schmieden sie in der Regel große Allianzen von männlichen und weiblichen Unterstützern innerhalb der Gruppe. Die verbündeten Familienmitglieder pflegen ihre Beziehung in täglichem und intimem Kontakt, indem sie einander umarmen, berühren, küssen und lausen. Sie erweisen sich gegenseitig Gefälligkeiten und helfen einander aus der Patsche. Normalerweise setzt sich das Alpha-Männchen nicht deshalb an die Spitze des Rudels, weil es das Stärkere ist, sondern weil es sich ein großes und stabiles Unterstützernetzwerk aufgebaut hat. Gruppen, die über diese intimen Bündnisse zusammengehalten werden, können eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Wenn sie funktionieren sollen, müssen sich die einzelnen Angehörigen gut kennen. Zwei Schimpansen, die einander nie gesehen, nie miteinander gekämpft und einander nie die Läuse aus dem Pelz gesucht haben, wissen nicht, ob sie einander über den Weg trauen können, ob es sich lohnt, dem anderen zu helfen oder welcher der beiden in der Rangordnung über dem anderen steht. Mit zunehmender Größe der Gruppe wird die soziale Bindung immer schwächer, bis sich irgendwann eine Untergruppe abspaltet und ein eigenes Rudel bildet. In der Natur besteht eine Schimpansenhorde aus 20 bis 50 Tieren. Größere Gruppen sind instabil und nur in wenigen Fällen haben Zoologen in freier Wildbahn Rudel mit mehr als 100 Tieren gesichtet. Die verschiedenen Gruppen arbeiten nur selten zusammen und konkurrieren eher um Territorien und Futter. Forscher haben sogar Kriege zwischen verschiedenen Horden beobachtet und beschreiben regelrechte Völkermorde, wenn eine Horde eine andere systematisch ausrottete. Das Sozialleben der Frühmenschen sah ganz ähnlich aus und die ersten Homo sapiens waren keine Ausnahme. Auch Menschen haben soziale Instinkte und dank ihrer konnten unsere Vorfahren Freundschaften knüpfen, Hierarchien aufbauen und gemeinsam jagen und kämpfen. Wie bei den Schimpansen waren diese sozialen Instinkte der Frühmenschen nur auf kleine und intime Gruppen ausgelegt. Wenn eine Gruppe zu groß wurde, verlor sie an Zusammenhalt und teilte sich irgendwann auf. Selbst wenn es in einem besonders fruchtbaren Tal genug Nahrung für 500 Menschen gab, konnten unmöglich so viele Fremde zusammenleben. Wie sollten sie sich auf einen Rudelführer einigen? Wer sollte wo jagen? Wer durfte sich mit wem paaren? Nach der kognitiven Revolution lernten die Menschen mithilfe des Klatsches größere und stabilere Gruppen zu bilden. Aber auch der Klatsch hat seine Grenzen. Soziologen haben in Untersuchungen herausgefunden, dass eine natürliche Gruppe, die nur von Klatsch zusammengehalten wird, maximal aus 150 Personen bestehen kann. Mit mehr Menschen können wir keine engen Beziehungen pflegen und über mehr Menschen können wir nicht effektiv tratschen. Das ist bis heute die magische Obergrenze unserer natürlichen Organisationsfähigkeit. Bis zu einer Größe von 150 Personen reichen enge Bekanntschaften und Gerüchte als Kit für Gemeinschaften, Unternehmen, soziale Netzwerke und militärische Einheiten aus. Und es sind keine Rangabzeichen, Titel und Gesetzbücher nötig, um Ordnung zu halten. Beim Militär kann ein Zug mit 30 oder eine Kompanie mit 100 Soldaten auf der Grundlage von engen Beziehungen funktionieren und benötigt nur ein Minimum von Befehl und Gehorsam. Ein erfahrener Feldwebel kann zur Mutter der Kompanie werden und sogar ranghöhere Offiziere hören auf ihn. Ein kleines Familienunternehmen kann auch ohne Aufsichtsrat, Vorstandsvorsitzenden und Finanzvorstand ein Vermögen verdienen. Aber sobald die magische Grenze von 150 überschritten ist, funktioniert dieses Prinzip nicht mehr. Eine Division mit 10.000 Soldaten lässt sich nicht so führen wie eine Kompanie. Erfolgreiche Familienunternehmen geraten geraten in eine Krise, sobald sie expandieren und mehr Personal einstellen müssen. Wenn sie sich nicht neu erfinden können, gehen sie pleite. Aber wie gelang es dem Homo Sapiens, diese kritische Schwelle zu überwinden? Wie schaffte er es, Städte mit zehntausenden Einwohnern und Riesenreiche mit Millionen von Untertanen zu gründen? Sein Erfolgsgeheimnis war die fiktive Sprache. Eine große Zahl von wildfremden Menschen kann effektiv zusammenarbeiten, wenn alle an gemeinsame Mythen glauben. Jede großangelegte menschliche Unternehmung, angefangen von einem archaischen Stamm über eine antike Stadt bis zu einer mittelalterlichen Kirche oder einem modernen Staat, ist fest in gemeinsamen Geschichten verwurzelt, die nur in den Köpfen der Menschen existieren. Glaubensgemeinschaften basieren auf diesen kollektiven Mythen. Zwei Katholiken, die einander nie zuvor begegnet sind, verstehen einander ohne lange Erklärungen, weil beide glauben, dass es einen Gott gibt, der seinen Sohn auf die Erde geschickt hat und dass dieser sich kreuzigen ließ, um die Menschheit von ihren Sünden zu erlösen. Zwei Serben, die einander nicht kennen, verstehen sich problemlos, weil sie beide an die Existenz der serbischen Nation, des serbischen Territoriums und der serbischen Flagge glauben. Konzerne basieren auf gemeinsamen wirtschaftlichen Mythen. Zwei Mitarbeiter von Google, die einander noch nie gesehen haben, können um den halben Erdball hinweg zusammenarbeiten, weil sie an die Existenz von Google, Aktien und Dollars glauben. Rechtsstaaten fußen auf gemeinsamen juristischen Mythen. Zwei wildfremde Anwälte können effektiv kooperieren, weil sie an die Existenz von Recht, Gesetz und Menschenrechten glauben. Diese Dinge existieren jedoch nur in den Geschichten, die wir Menschen erfinden und einander erzählen. Götter, Nationen, Geld, Menschenrechte und Gesetze gibt es gar nicht. Sie existieren nur in unserer kollektiven Vorstellungswelt. Dass primitive Menschen ihre Gesellschaft zusammenhalten, indem sie an Geister glauben und bei Vollmond um ein Feuer herumtanzen, verstehen wir sofort. Dabei übersehen wir gern, dass die fortschrittlichen Institutionen unserer modernen Gesellschaft keinen Deut anders funktionieren. Ein gutes Beispiel sind die Großkonzerne. Im Grunde sind Unternehmer und Anwälte gar nichts anderes als mächtige Zauberer. Die Geschichten, die sich moderne Juristen erzählen, sind sogar noch viel sonderbarer als die der alten Schamanen. Warum das so ist, verrät uns die Legende von Peugeot. Auf vielen Straßen von Paris bis Sydney kann man eine Ikone bewundern, die entfernt an den Löwenmenschen aus dem Hohlenstein-Stadel erinnert. Es ist die Kühlerfigur von Autos der Marke Peugeot, einer der ältesten und größten Kraftfahrzeughersteller in Europa. Peugeot begann als kleiner Familienbetrieb im Tal von Valentinier, das rund 300 Kilometer von der Stadelhöhle entfernt im Westen von Frankreich liegt. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 200.000 Mitarbeiter, von denen sich die wenigsten je persönlich begegnet sind. Diese wildfremden Menschen arbeiten derart effektiv zusammen, dass Peugeot im Jahr 2008 mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge baute und einen Umsatz von rund 55 Milliarden Euro machte. Aber in welcher Form existiert dieses Unternehmen Peugeot eigentlich? Es gibt zwar viele Fahrzeuge von Peugeot, aber die sind natürlich nicht das Unternehmen. Selbst wenn alle Peugeots der Welt von einem Tag auf den anderen verschrottet und eingestampft werden, verschwindet das Unternehmen nicht. Es produziert weiter neue Autos und legt jedes Jahr eine Bilanz vor. Das Unternehmen besitzt Fabrikhallen, Maschinen und Ausstellungsräume und beschäftigt Fließbandarbeiter, Buchhalter und Sekretärinnen, aber auch diese sind zusammengenommen nicht das Unternehmen Peugeot. Wenn eine Katastrophe sämtliche Fließbänder und Bürogebäude zerstören und sämtliche Peugeot Mitarbeiter auslöschen würde, dann könnte das Unternehmen Kredite aufnehmen, neue Mitarbeiter anstellen, neue Fabrikhallen bauen und neue Fließbänder anschaffen. Peugeot hat Manager und Aktionäre, aber auch die sind nicht das Unternehmen. Selbst wenn alle Manager gefeuert und alle Aktien verkauft werden sollten, würde das Unternehmen selbst nach wie vor existieren. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass Peugeot unverwundbar oder unsterblich wäre, wenn ein Gericht heute die Zerschlagung des Unternehmens anordnen würde, dann blieben die Fabriken, Arbeiter, Buchhalter, Manager und Aktionäre zwar erhalten, aber Peugeot wäre von einem Moment auf den anderen verschwunden. Man könnte fast den Eindruck bekommen, als wäre Peugeot gar nicht Teil unserer physischen Realität. Existiert es denn überhaupt? In Wirklichkeit ist Peugeot ein Produkt unserer kollektiven Fantasie. Das Wort Fantasieprodukt meint etwas, das nur erfunden ist und das nur deshalb existiert, weil wir so tun, als würde es existieren. Aus diesem Grund sprechen Juristen von einer juristischen Fiktion. Das Unternehmen ist unsichtbar. Es handelt sich nicht um ein physisches Objekt. Trotzdem existiert es als juristische Person. Genau wie Sie herstellt und verkauft. Es kann Bankkonten eröffnen und Eigentum erwerben. Es zahlt Steuern und kann verklagt werden, und zwar völlig unabhängig von den Menschen, die es besitzen oder für es arbeiten. Peugeot gehört zu einer bestimmten Gruppe von juristischen Fiktionen, die als Gesellschaft mit beschränkter Haftung bezeichnet werden. Hinter diesen Unternehmen verbirgt sich eine der originellsten Erfindungen der Menschheit. Der ohne diese Konstruktion aus. Bis vor relativ kurzer Zeit konnten nur Menschen aus Fleisch und Blut Eigentum erwerben. Wenn Jean im Frankreich des 13. Jahrhunderts eine Werkstatt zum Bau von Fuhrwerken gründete, dann war er das Unternehmen. Wenn ein Fuhrwerk, das Jean gebaut hatte, eine Woche nach dem Verkauf auseinander fiel, dann machte der verärgerte Kunde ihn höchst persönlich dafür verantwortlich. Wenn sich Jean tausend Goldmünzen geliehen hatte, um seine Werkstatt zu eröffnen und nun Pleite ging, dann musste er diesen Kredit zurückzahlen, indem er sein privates Eigentum verkaufte, sein Haus, seine Kuh und seinen Acker. Vielleicht musste er sogar das eine oder andere Kind in die Knechtschaft verkaufen. Und wenn er seine Schulden damit immer noch nicht begleichen konnte, dann wurde er in den Schuldturm gesteckt oder von seinen Gläubigern in die Sklaverei verkauft. Jean musste für sämtliche Verpflichtungen seiner Werkstatt haften, und zwar bis zum letzten Pfennig. Zu Jeans Zeiten hätten sie es sich vermutlich reiflich überlegt, ehe sie ein Unternehmen gegründet hätten. Tatsächlich schreckte diese rechtliche Situation viele ab, sich als Unternehmer zu betätigen. Die meisten Menschen hatten Angst, Gefahr war einfach zu groß, damit sich und ihre ganze Familie ins Elend zu stürzen. Daher stellten sich die Menschen kollektiv ein Unternehmen vor, das nur noch beschränkte Haftung übernahm. Dieses Unternehmen war rechtlich unabhängig von den Menschen, die es gründeten, leiteten oder finanzierten. In den vergangenen Jahrhunderten wurden Unternehmen dieser Art zu den wichtigsten Protagonisten der Wirtschaft. Und inzwischen haben wir uns so sehr an sie gewöhnt, dass wir völlig vergessen haben, dass sie nur in unserer Fantasie existieren. Im Gesetz werden diese Unternehmen auch als Körperschaften bezeichnet, was eigentlich ironisch ist, denn diese Bezeichnung kommt vom Wort Körper und genau den haben diese Unternehmen ja gerade nicht. Trotzdem behandelt das Gesetz sie genauso, als handele es sich um Menschen aus Fleisch und Blut. Diese Unternehmen gab es auch schon im Frankreich des Jahres 1896. Damals beschloss Armand Peugeot, die elterliche Eisengießerei, in der Federn, Sägen und Fahrräder hergestellt wurden, zu einer Automobilfabrik umzubauen. Dazu gründete er eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Er taufte das Unternehmen zwar auf seinen Namen, doch es existierte unabhängig von ihm. Wenn eines seiner Autos liegen blieb, konnte der Kunde das Unternehmen Peugeot verklagen, aber nicht Armand Peugeot persönlich. Wenn das Unternehmen Peugeot Millionen von Francs aufnahm und Pleite ging, dann schuldete Armand Peugeot den Gläubigern nicht einen einzigen Franc. Den Kredit hatte schließlich das Unternehmen Peugeot aufgenommen, nicht der Sapiens Armand Peugeot. Der Gründer starb im Jahr 1915. Das Unternehmen Peugeot existiert bis heute. Aber wie genau schuf der Mensch Armand Peugeot das Unternehmen Peugeot? Ungefähr so, wie französische Dorfpfarrer im katholischen Nachbardorf jeden Sonntag aus Brot den Leib Christi erschufen. Im Grunde ging es in beiden Fällen um Geschichten und darum, andere Menschen von der Wahrheit dieser Geschichte zu überzeugen. In der Geschichte des Pfarrers ging es um das Leben und Sterben eines Mannes namens Jesus Christus, wie es von der katholischen Kirche erzählt wird. Wenn ein Priester mit all seinen heiligen Gewändern und Geweihten Gerätschaften im richtigen Moment die richtigen Worte sprach, verwandelten sich gewöhnliche Oblaten in den Leib Christi und gewöhnlicher Wein in das Blut Christi. Der Priester sprach die lateinische Formel hoc est corpus meum, zu Deutsch das ist mein Leib und hocus pokus wurde das Brot zu Fleisch. Und nachdem der Priester alle nötigen Formeln gesprochen hatte, waren auch die Gläubigen überzeugt, dass es sich tatsächlich nicht mehr um Brot und Wein, sondern um den Leib und das Blut Christi handelte und sie behandelten sie mit einer Irrfurcht, die sie einer Oplate und einem Schluck Wein nie entgegen gebracht hätten. Im Falle des Unternehmens Peugeot stand die entscheidende Geschichte im französischen Gesetzbuch, wie es vom französischen Parlament verabschiedet worden war. Nach diesem Gesetz musste ein Notar nur die richtigen juristischen Rituale zelebrieren, die erforderlichen bürokratischen Zaubersprüche und Eide auf ein mit Schnörkeln verziertes Papier schreiben, sein Siegel darunter setzen und Hokuspokus schon war ein neues Unternehmen gegründet. Nachdem der Notar alle nötigen Formeln gesprochen hat, glaubten auch die Nachbarn von Peugeot, ihren Nachbarn Armand und dessen neues Unternehmen die Peugeot AG. Letztere behandelten sie nun mit der Ehrfurcht, wie sie ein richtiges Unternehmen verdient hat. Es ist allerdings gar nicht so einfach, wirkungsvolle Geschichten zu erzählen. Zauberer und Priester müssen die Mächte, Zuständigkeiten und Launen der verschiedenen Götter, Geister und Dämonen gut kennen. Wenn Trockenheit herrscht und der Zauberer Regen heraufbeschwören will, muss er genau wissen, welches überirdische Wesen für Niederschläge zuständig ist, kann zum Beispiel auch der Gott des Meeres Regen bescheren oder ist dafür ausschließlich der Gott des Sturms verantwortlich. Genauso muss ein Anwalt wissen, was eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung tun kann und was nicht. Die Antwort auf diese Frage findet er in Geschichten, die von der Gesellschaft erfunden wurden, in diesem Fall in den reichlich spröden Geschichten, die wir Unternehmensrecht nennen. Anwälte, die sich auf das Unternehmensrecht spezialisiert haben, analysieren diese Geschichten Tag aus, Tag ein mit der Lupe und diskutieren mit ihren Kollegen und Gegnern darüber, welche Eigenschaften ein bestimmtes Unternehmen nun genau mitbringt. Kann ein Unternehmen über ein Land herrschen? Kann es Kriege führen? Kann es in einer Branche eine Monopolstellung haben? Heute wird zum Beispiel heftig darüber gestritten, ob ein Unternehmen Patente und Urheberrechte an DNA-Sequenzen besitzen kann. Im Jahr 1990 rief die amerikanische Regierung das Human Genome Project ins Leben, das die gesamte DNA des Homo Sapiens entschlüsseln sollte. Acht Jahre später wurde ein Privatunternehmen namens Celera gegründet, das denselben Zweck verfolgte. Obwohl die amerikanische Regierung einen großen Vorsprung hatte und viel Geld investierte, war Celera schneller und entschlüsselte als erste das menschliche Genom. Sofort kam die Frage auf, ob Celera die Urheberrechte an den DNA-Sequenzen hatte und Gebühren von allen kassieren durfte, die dieses Wissen verwenden wollten. Mit anderen Worten, kann eine juristische Fiktion Eigentümer unseres Genoms sein? Heute beantworten die Gerichte diese Frage mit Nein. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das alles wurde nur durch die Erfindung der fiktiven Sprache möglich, mit der wir uns Dinge vorstellen und beschreiben können, die es in der physischen Realität gar nicht gibt. Der Löwenmensch Peugeot und Celera bestehen weder aus Atomen noch aus Proteinen, sondern aus Geschichten. Im Laufe der Jahrhunderte haben wir ein unglaublich komplexes Netz von solchen Geschichten gesponnen. In diesem Netz existieren Fantasieprodukte wie Peugeot nicht nur, sondern sie sind sogar ungeheuer mächtig. Sie haben mehr Macht als jeder Löwe und jedes Löwen Rudel. Doch in Wirklichkeit gibt es sie nur in unseren Geschichten. Wenn wir plötzlich nicht mehr in der Lage wären, über Dinge zu sprechen, die es gar nicht gibt, würde Peugeot auf der Stelle verschwinden und mit ihm Aktienmärkte, Religionen, Staaten, Geld und Menschenrechte. Akademiker bezeichnen diese Dinge, die wir in Mythen und Geschichten erfinden, als Fiktionen, soziale Konstrukte oder erfundene Wirklichkeit. Aber Vorsicht! Eine erfundene Wirklichkeit ist keine Lüge. Ich lüge, wenn ich behaupte, dass ich am Fluss einen Löwen gesehen habe, obwohl ich genau weiß, dass das gar nicht stimmt. Lügen sind nichts Besonderes. Auch Schimpansen und Grünmeerkatzen können lügen. Affenforscher haben beispielsweise Grünmeerkatzen dabei beobachtet, wie sie Achtung Löwe rufen, obwohl weit und breit kein Löwe zu sehen ist. Mit diesem Ruf wollen die Lügner lediglich einen Artgenossen aufschrecken, der gerade eine Banane entdeckt hat, um sie sich selbst einzuverleiben. Anders als eine Lüge ist eine erfundene Wirklichkeit etwas, an das alle glauben. Und solange alle daran glauben, hat die erfundene Wirklichkeit ganz reale Macht in der wirklichen Welt. Der Künstler der Stadelhöhle glaubte vermutlich ehrlich an die Existenz eines Geistes in Form eines Löwenmenschen. Einige Zauberer sind zwar Scharlatane, doch die meisten sind fest davon überzeugt, dass es ihre Götter und Dämonen wirklich gibt. Die meisten Millionäre glauben an die Existenz des Geldes und der Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Die meisten Menschenrechtsaktivisten glauben an die Existenz der Menschenrechte. Niemand log, als die Vereinten Nationen im Jahr 2011 Libyen ermahnten, die Menschenrechte einzuhalten, obwohl die Vereinten Nationen, Libyen und die Menschenrechte nichts anderes sind als Produkte unseres Erfindungsreichtums. Am Genom vorbei Die Fähigkeit, mit Hilfe von bloßen Worten eine Wirklichkeit zu erschaffen, machte es möglich, dass große Gruppen von wildfremden Menschen effektiv zusammen arbeiteten. Sie bewirkt jedoch noch etwas anderes. Da menschliche Zusammenarbeit in großem Maßstab auf Mythen basiert, kann man die Form der Zusammenarbeit neu gestalten, indem man die Mythen verändert und neue Geschichten erzählt. Unter den richtigen Umständen können sich diese Mythen sogar sehr schnell ändern. Im Jahr 1789 schalteten die Franzosen beispielsweise quasi über Nacht vom Mythos des Gottesgnadentums der Könige auf den Mythos der Herrschaft des Volkes um. Nach der kognitiven Revolution war der Homo Sapiens daher in der Lage, sein Verhalten schnell um und auf neue Bedürfnisse einzustellen. Damit wechselte er auf die Überholspur der kulturellen Evolution und konnte am Stau der genetischen Evolution vorüberrasen. Schon bald düste er an allen anderen Menschen und Tierarten vorüber und entwickelte seine erstaunliche Fähigkeit zur Zusammenarbeit. So intelligent und erfindungsreich Schimpansen und Elefanten auch sein mögen, sie sind nicht in der Lage, ihre Gesellschaften völlig umzukrempeln. Schimpansen haben eine genetische, programmierte Vorliebe, in Gruppen von wenigen Dutzend Individuen zusammenzuleben und sich einem Alpha-Männchen unterzuordnen. Die engverwandten Bonobos bevorzugen ebenfalls gemischte Gruppen, auch wenn diese meist von einem Weibchen angeführt werden. Elefantenkühe leben mit ihren Jungen in einer Herde von Weibchen zusammen, während die Elefanten Bullen allein durch die Savanne streifen. Die Gene sind zwar keine Alleinherrscher und das Verhalten der Tiere wird auch durch Umweltfaktoren und individuelle Besonderheiten bestimmt, doch in einer stabilen Umwelt verhalten sich die meisten Angehörigen einer bestimmten Art sehr ähnlich. Spürbare Veränderungen des Sozialverhaltens sind in der Regel nur Hand in Hand mit einer Mutation der Gene möglich. Schimpansenweibchen können sich kein Vorbild an den Bonobo-Weibchen nehmen und eine Frauenbewegung gründen. Schimpansenmännchen können keine Volksversammlung einberufen, in der sie das Amt des Alpha-Männchens abschaffen und die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aller Schimpansen verkünden. Derart dramatische Veränderungen des Verhaltens wären ohne Veränderungen im Erbgut der Schimpansen völlig undenkbar. Deshalb kannten die Urmenschen auch keine Revolutionen. Soweit wir das heute beurteilen können, waren Veränderungen der Gesellschaft, Erfindungen neuer Techniken und die Besiedlung neuer Lebensräume immer das Resultat von Genmutationen und Umwelteinflüssen und nicht von kulturellen Initiativen. Deshalb benötigten die Menschen auch hunderttausende Jahre für winzige Veränderungen. Vor zwei Millionen Jahren brachten Genmutationen eine neue Menschenart namens Homo Erectus hervor. Er war es auch, der als erster Steinwerkzeuge benutzte, doch solange sich der Homo Erectus genetisch nicht veränderte, verwendete er immer dieselben Werkzeuge, und zwar mehr als eine Million Jahre lang. Doch nach der kognitiven Revolution waren Sapiens in der Lage, ihr Verhalten schnell zu verändern und neue Verhaltensweisen an die nächste Generation weiterzugeben, ohne dass dazu Genmutationen oder Umweltveränderungen nötig gewesen wären. Das wird am Beispiel der kinderlosen Eliten deutlich, zum Beispiel der buddhistischen Mönche, der katholischen Priester oder der chinesischen Oinuchen-Bürokraten. Die bloße Existenz dieser Führungsschichten widerspricht allen Gesetzen der natürlichen Auslese, denn die Angehörigen dieser Eliten verzichteten freiwillig auf Fortpflanzung. Während bei den Schimpansen die Alphamännchen ihre Macht nutzten, um sich mit so vielen Weibchen wie möglich zu paaren und möglichst alle Nachkommen der Horde zu zeugen, enthalten sich die katholischen Alphamännchen des Geschlechtsverkehrs und der Aufzucht des Nachwuchses. Diese Abstinenz ist nicht etwa die Folge einmaliger Umweltbedingungen, zum Beispiel einer schweren Futterknappheit oder dem Mangel an paarungswilligen Partnerinnen. Sie hat auch nichts mit einer sonderbaren Genmutation zu tun. Die katholische Kirche hat ja tausendelang existiert, ohne dass ein Zölibats-Gen von einem Papst zum nächsten weitergegeben werden musste. Es reichte, die Geschichten des Neuen Testaments und des Kirchenrechts weiterzuerzählen. Das heißt, während sich die Verhaltensmuster der Urmenschen über Zehntausende von Jahren hinweg nicht veränderten, konnte der Sapiens seine Gesellschaftsstrukturen, zwischenmenschlichen Beziehungen und alle möglichen anderen Verhaltensweisen innerhalb von ein oder zwei Jahrzehnten völlig über den Haufen werfen. Nehmen wir zum Beispiel eine Einwohnerin der Stadt Dresden, die im Jahr 1900 zur Welt kam und das stattliche Alter von 100 Jahren erreichte, ohne die Stadt zu verlassen. Ihre Kindheit verbrachte sie im Kaiserreich Willems II. und ihr Erwachsenenalter in der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und der kommunistischen DDR, um schließlich im wiedervereinigten und demokratischen Deutschland zu sterben. Damit lebte sie unter fünf verschiedenen politischen Systemen, während ihre Gene immer dieselben blieben. Genau das war der Schlüssel zum Erfolg des Homo Sapiens. Im Faustkampf mit einem Neandertaler hätte der Sapiens vermutlich den Kürzeren gezogen, aber in einem Kampf zwischen einigen Hunderten Angehörigen beider Arten hatte der Neandertaler nicht den Hauch einer Chance. Die Neandertaler konnten sich vermutlich gegenseitig darüber informieren, wo und wann sie Löwen gesehen hatten, aber sie waren wahrscheinlich nicht in der Lage, sich Geschichten über Stammesgeister zu erzählen und diese nach Belieben umzugestalten. Aber ohne diese erzählerischen Fähigkeiten waren die Neandertaler kaum in der Lage, effektiv in großen Gruppen zusammenzuarbeiten, und genauso wenig konnten sie ihr Sozialverhalten an plötzlich auftretende Herausforderungen anpassen. Wir können einem Neandertaler natürlich nicht in den Kopf schauen, um zu sehen, wie und was er dachte. Es gibt jedoch zahlreiche indirekte Hinweise dafür, wie beschränkt ihre geistigen Fähigkeiten im Vergleich mit denen der Sapiens waren. Bei der Ausgrabung von 30.000 Jahre alten Sapiens-Fundstätten in Zentraleuropa finden Archäologen immer wieder Muscheln von der Mittelmeer- oder der Atlantikküste. Diese Muscheln gelangten vermutlich durch den Handel zwischen verschiedenen Gruppen von Sapiens ins Innere des Kontinents. Nach allem, was wir wissen, trieben die Neandertaler dagegen keinen Handel. Jede Gruppe stellte ihre Werkzeuge aus den Materialien her, die sie vor Ort fand. Ein anderes Beispiel stammt aus dem Südpazifik. Die Sapiens-Gruppen, die auf der Insel Neu-Irland nördlich von Neu-Guinea lebten, benutzten ein Vulkanglas namens Obsidian, um besonders harte und scharfe Werkzeuge herzustellen. Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass das Vulkanglas von der 400 Kilometer entfernten Insel Neu-Britannien stammte. Einige Einwohner der Insel müssen also geschickte Seefahrer gewesen sein, die zwischen den Inseln Handel trieben. Wenn Sapiens mit Muscheln und Obsidian handelten, haben sie vermutlich auch Informationen weitergegeben und damit ein engmaschigeres und größeres Wissensnetzwerk geschaffen als Neandertaler und andere Urmenschen. Die Jagdtechniken sind ein weiteres Beispiel für die Unterschiede zwischen den verschiedenen Menschenarten. Neandertaler jagten in der Regel allein oder in kleinen Gruppen. Sapiens entwickelten dagegen Formen der Jagd, an denen mehrere Dutzend Menschen, vielleicht sogar zum Teil Angehörige unterschiedlicher Gruppen, beteiligt waren. Eine besonders effektive Methode bestand darin, eine ganze Herde von Wildpferden oder anderen Tieren einzukreisen und sie in eine enge Schlucht zu treiben, wo sie leicht in Massen getötet werden konnten. Wenn alles nach Plan verlief, konnten die Sapiens so an einem einzigen Nachmittag in gemeinsamer Anstrengung tonnenweise Fleisch, Fett und Häute erlegen. Archäologen haben Stellen gefunden, an denen Jahr für Jahr ganze Herden niedergemetzelt wurden. An einigen Orten errichteten die Menschen sogar Zäune und andere Hindernisse, um künstliche Fallen und Schlachthöfe zu schaffen. Die Neandertaler waren vermutlich alles andere als erfreut, als sich ihre traditionellen Jagdgründe in die Schlachthöfe der Sapiens verwandelten. Doch wenn es tatsächlich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen beiden Arten gekommen sein sollte, dann erging es den Neandertalern wahrscheinlich nicht viel besser als den Wildpferden. 50 Neandertaler, die nach ihren traditionellen und starren Methoden kämpfen, können gegen 500 flexible und erfinderische Sapiens nur wenig ausrichten. Und selbst wenn die Sapiens in der ersten Runde den Kürzeren zogen, erfanden sie vermutlich schnell eine neue Strategie, um sich zu revanchieren. Was also genau bedeutete die kognitive Revolution? Theorie der Löwe am Fluss. Welche einmalige Fähigkeit entstand in der kognitiven Revolution? Die Fähigkeit, große Mengen an Informationen über die Umwelt weiterzugeben. Nutzen? Planung und Durchführung komplizierter Handlungen, zum Beispiel dem Schutz vor Löwen oder der Büffeljagd. Theorie Klatsch. Welche einmalige Fähigkeit entstand in der kognitiven Revolution? Die Fähigkeit, große Mengen an Informationen über soziale Beziehungen zu kommunizieren. Nutzen? Größere Gruppen mit bis zu 150 Angehörigen stärkerer Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Theorie, fiktive Sprache. Welche einmalige Fähigkeit entstand in der kognitiven Revolution? Die Fähigkeit, große Mengen an Informationen über Dinge zu kommunizieren, die gar nicht existieren, zum Beispiel Stammesgeister, Nationen, Aktiengesellschaften und Menschenrechte. Nutzen? A. Zusammenarbeit zwischen einer sehr großen Zahl von Menschen, die einander nicht kennen. B. Rasche Veränderungen des Sozialverhaltens. Geschichte und Biologie. Die gewaltige Vielfalt der Wirklichkeiten, die der Homo sapiens erfand, und die gewaltige Vielfalt von Verhaltensweisen, die sich daraus ergab, machen das aus, was wir als Kultur bezeichnen. Nachdem diese Kulturen einmal entstanden waren, veränderten und entwickelten sie sich ununterbrochen weiter. Und diese konstanten Umwälzungen bezeichnen wir als Geschichte. Die kognitive Revolution ist der Moment, an dem die Geschichte ihre Unabhängigkeit von der Biologie erklärte. Von diesem Zeitpunkt an wird die Entwicklung der Menschheit nicht mehr durch biologische Theorien erklärt, sondern durch die Geschichtsschreibung. Was nicht bedeutet, dass sich der Homo sapiens und die menschliche Kultur von sämtlichen biologischen Gesetzen befreit hätten? Wir sind nach wie vor Tiere, und unsere Gene geben bis heute den Rahmen für unsere körperlichen, geistigen und emotionalen Fähigkeiten vor. Unsere Gesellschaften bestehen aus denselben Grundbausteinen wie die der Neandertaler oder der Schimpansen, und je genauer wir diese Bausteine, Wahrnehmungen, Emotionen, Familienbande unter die Lupe nehmen, desto kleiner erscheinen die Unterschiede zwischen uns und anderen Affenarten. Es wäre allerdings falsch, die Unterschiede auf der Ebene des Einzelnen oder der Familie zu suchen. Als Einzelne und selbst als kleine Gruppen sind wir den Schimpansen derart ähnlich, dass es schon fast peinlich ist. Deutliche Unterschiede ergeben sich erst, wenn wir die magische Grenze von 150 Individuen überschreiten. Und wenn wir uns Gruppen von 1000 oder 2000 Individuen ansehen, tut sich ein riesiger Abgrund auf. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn 1000 Schimpansen im Berliner Hauptbahnhof, im Reichstag, im Olympiastadion oder im KDW zusammentreffen. Das Ergebnis wäre ein hoffnungsloses Chaos. Sapiens kommen dagegen an diesen Orten täglich zu Tausenden zusammen und organisieren sich zu ordentlichen Mustern, zum Beispiel Geschäftsbeziehungen, Massenveranstaltungen oder politischen Institutionen. Der eigentliche Unterschied zwischen uns und den Schimpansen ist der geheimnisvolle Kit, der eine große Zahl von Individuen, Familien und Gruppen zusammenhält. Dieser Kit hat uns zu den Herren der Schöpfung gemacht. Natürlich waren dazu auch noch ein paar andere Fähigkeiten nötig, zum Beispiel der Gebrauch von Werkzeugen, doch diese hätten kaum Auswirkungen, wenn wir nicht gleichzeitig in der Lage wären, in großen Gruppen zusammenzuarbeiten. Wie kommt es, dass wir heute mit Atomraketen hantieren, während wir vor 30.000 Jahren noch mit Speeren auf die Jagd gingen? Aus biologischer Sicht hat sich unsere Fähigkeit zur Herstellung von Werkzeugen in den vergangenen 30.000 Jahren kaum verändert. Albert Einstein war handwerklich sehr viel ungeschickter als die Jäger und Sammler der Steinzeit. Was sich dagegen ganz dramatisch verbesserte, war unsere Fähigkeit mit großen Gruppen von wildfremden Menschen zusammenzuarbeiten. Die Steinspitze eines Speers ließ sich in relativ kurzer Zeit von einem Einzelnen behauen. Dazu waren höchstens Rat und Unterstützung einiger enger Freunde nötig. An der Herstellung eines modernen Atomsprengkopfes sind dagegen Millionen von Menschen in aller Welt beteiligt, die einander nicht kennen. Von den Kumpeln, die das Uranerz aus der Erde holen, bis zu den Physikern, die mit langen mathematischen Formeln die Reaktionen subatomarer Teilchen beschreiben. Die Beziehung zwischen Biologie und Geschichte nach der kognitiven Revolution lässt sich so zusammenfassen. a. Die Biologie gibt den Rahmen für das Verhalten und die Fähigkeiten des Homo sapiens vor. Die gesamte menschliche Geschichte findet auf diesem von der Biologie definierten Spielfeld statt. b. Doch das Spielfeld des Sapiens ist erstaunlich groß und lässt eine verblüffende Vielfalt von Spielen zu. Mithilfe der fiktiven Sprache erfinden sapiens immer mehr und immer komplexere Spiele, die von jeder neuen Generation weitergesponnen und ausgebaut werden. c. Um das Verhalten der Sapiens zu verstehen, müssen wir uns daher die geschichtliche Entwicklung unserer Handlungen ansehen. Wenn wir bei den biologischen Grenzen stehen bleiben würden, dann wäre das ungefähr so, als würde ein Fußballreporter seinen Zuhörern nur den Rasen beschreiben und kein Wort über die Partie verlieren. Aber welche Spiele spielten unsere steinzeitlichen Vorfahren? Nach allem, was wir heute wissen, brachten die Menschen, die vor 30.000 Jahren den Löwenmenschen der Stadelhöhle schnitzten, dieselben körperlichen, geistigen und emotionalen Fähigkeiten mit wie wir? Was taten sie, wenn sie morgens aufwachten? Was aßen sie zum Frühstück und zum Mittagessen? Wie sahen ihre Gesellschaften aus? Lebten sie in monogamen Beziehungen und Kleinfamilien? Kannten sie Feste, Moral, Sport und Rituale? Führten sie Kriege? Im nächsten Kapitel werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Geschichte und sehen uns an, wie das Leben in der Steinzeit aussah. Diese Unternehmen gab es auch schon im Frankreich des Jahres 1896. Damals beschloss Armand Peugeot, die elterliche Eisengießerei, in der Federn, Sägen und Fahrräder hergestellt wurden, zu einer Automobilfabrik umzubauen. Dazu gründete er eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Er taufte das Unternehmen zwar auf seinen Namen, doch es existierte unabhängig von ihm. Wenn eines seiner Autos liegen blieb, konnte der Kunde das Unternehmen Peugeot verklagen, aber nicht Armand Peugeot persönlich. Wenn das Unternehmen Peugeot Millionen von Franc aufnahm und pleite ging, dann schuldete Armand Peugeot den Gläubigern nicht einen einzigen Franc. Den Kredit hatte schließlich das Unternehmen Peugeot aufgenommen, nicht der Sapiens Armand Peugeot. Der Gründer starb im Jahr 1915. Das Unternehmen Peugeot existiert bis heute. Aber wie genau schuf der Mensch Armand Peugeot Peugeot das Unternehmen Peugeot? Ungefähr so, wie französische Dorfpfarrer im katholischen Nachbardorf jeden Sonntag aus Brot den Leib Christi erschufen. Im Grunde ging es in beiden Fällen um Geschichten und darum, andere Menschen von der Wahrheit dieser Geschichte zu überzeugen. In der Geschichte des Pfarrers ging es um das Leben und Sterben eines Mannes namens Jesus Christus, wie es von der katholischen Kirche erzählt wird. Wenn ein Priester mit all seinen heiligen Gewändern und Geweihten Gerätschaften im richtigen Moment die richtigen Worte sprach, verwandelten sich gewöhnliche Oblaten in den Leib Christi und gewöhnlicher Wein in das Blut Christi. Der Priester sprach die lateinische Formel »Hoc est corpus meum«, zu Deutsch »das ist mein Leib«, und »Hocus Pocus« wurde das Brot zu Fleisch. Und nachdem der Priester alle nötigen Formeln gesprochen hatte, waren auch die Gläubigen überzeugt, dass es sich tatsächlich nicht mehr um Brot und Wein, sondern um den Leib und das Blut Christi handelte, und sie behandelten sie mit einer Ehrfurcht, die sie einer Oblate und einem Schluck Wein nie entgegengebracht hätten. Im Falle des Unternehmens Peugeot stand die entscheidende Geschichte im französischen Gesetzbuch, wie es vom französischen Parlament verabschiedet worden war. Nach diesem Gesetz musste ein Notar nur die richtigen juristischen Rituale zelebrieren, die erforderlichen bürokratischen Zaubersprüche und Eide auf ein mit Schnarkeln verziertes Papier schreiben, sein Siegel darunter setzen und »Hocus Pocus« schon war ein neues Unternehmen gegründet. Nachdem der Notar alle nötigen Formeln gesprochen hat, glaubten auch die Nachbarn von Peugeot, dass es nun zwei Peugeots gab, ihren Nachbarn Armand und dessen neues Unternehmen, die Peugeot AG. Letztere behandelten sie nun mit der Ehrfurcht, wie sie ein richtiges Unternehmen verdient hat. Es ist allerdings gar nicht so einfach, wirkungsvolle Geschichten zu erzählen. Zauberer und Priester müssen die Mächte, Zuständigkeiten und Launen der verschiedenen Götter, Geister und Dämonen gut kennen. Wenn Trockenheit herrscht und der Zauberer Regen heraufbeschwören will, muss er genau wissen, welches überirdische Wesen für Niederschläge zuständig ist, kann zum Beispiel auch der Gott des Meeres Regen bescheren oder ist dafür ausschließlich der Gott des Sturms verantwortlich. Genauso muss ein Anwalt wissen, was eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung tun kann und was nicht. Die Antwort auf diese Frage findet er in Geschichten, die von der Gesellschaft erfunden wurden. In diesem Fall in den reichlich spröden Geschichten, die wir Unternehmensrecht nennen. Anwälte, die sich auf das Unternehmensrecht spezialisiert haben, analysieren diese Geschichten Tag aus Tag ein mit der Lupe und diskutieren mit ihren Kollegen und Gegnern darüber, welche Eigenschaften ein bestimmtes Unternehmen nun genau mitbringt. Kann ein Unternehmen über ein Land herrschen? Kann es Kriege führen? Kann es in einer Branche eine Monopolstellung haben? Heute wird zum Beispiel heftig darüber gestritten, ob ein Unternehmen Patente und Urheberrechte an DNA-Sequenzen besitzen kann. Im Jahr 1990 rief die amerikanische Regierung das Human Genome Project ins Leben, das die gesamte DNA des Homo Sapiens entschlüsseln sollte. Acht Jahre später wurde ein Privatunternehmen namens Celera gegründet, das denselben Zweck verfolgte. Obwohl die amerikanische Regierung einen großen Vorsprung hatte und viel Geld investierte, war Celera schneller und entschlüsselte als Erste das menschliche Genom. Sofort kam die Frage auf, ob Celera die Urheberrechte an den DNA-Sequenzen hatte und Gebühren von allen kassieren durfte, die dieses Wissen verwenden wollten. Mit anderen Worten, kann eine juristische Fiktion Eigentümer unseres Genoms sein? Heute beantworten die Gerichte diese Frage mit Nein. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das alles wurde nur durch die Erfindung der fiktiven Sprache möglich, mit der wir uns Dinge vorstellen und beschreiben können, die es in der physischen Realität gar nicht gibt. Der Löwenmensch, Peugeot und Celera bestehen weder aus Atomen noch aus Proteinen, sondern aus Geschichten. Im Laufe der Jahrhunderte haben wir ein unglaublich komplexes Netz von solchen Geschichten gesponnen. In diesem Netz existieren Fantasieprodukte wie Peugeot nicht nur, sondern sie sind sogar ungeheuer mächtig. Sie haben mehr Macht als jeder Löwe und jedes Löwenrudel. Doch in Wirklichkeit gibt es sie nur in unseren Geschichten. Wenn wir plötzlich nicht mehr in der Lage wären, über Dinge zu sprechen, die es gar nicht gibt, würde Peugeot auf der Stelle verschwinden. Und mit ihm Aktienmärkte, Religionen, Staaten, Geld und Menschenrechte. Akademiker bezeichnen diese Dinge, die wir in Mythen und Geschichten erfinden, als Fiktionen, soziale Konstrukte oder erfundene Wirklichkeit. Aber Vorsicht! Eine erfundene Wirklichkeit ist keine Lüge. Ich lüge, wenn ich behaupte, dass ich am Fluss einen Löwen gesehen habe, obwohl ich genau weiß, dass das gar nicht stimmt. Lügen sind nichts Besonderes. Die Sapiens, die vor hunderttausend Jahren in Ostafrika lebten, waren rein äußerlich nicht von uns zu unterscheiden und hatten schon genauso große Gehirne. Aber dachten und sprachen sie auch wie wir? Vermutlich nicht. Sie verwendeten noch keine sonderlich ausgefeilten Werkzeuge, vollbrachten keine auffälligen Leistungen und hatten gegenüber anderen Menschenarten kaum einen Vorteil. Im Gegenteil. Als sich einige von ihnen vor rund 100.000 Jahren in den Nahen Osten vorwagten, in dem damals die Neandertaler lebten, konnten sie sich dort nicht lange halten. Wir wissen nicht, ob sie von ihren feindseligen Vettern, dem ungünstigen Klima oder unbekannten Parasiten vertrieben wurden. Tatsache ist jedenfalls, dass sich die Sapiens wieder zurückzogen und die Levante den Neandertalern überließen. Das Scheitern dieser Unternehmung lässt darauf schließen, dass sich das Gehirn der damaligen Sapiens strukturell ganz erheblich von unserem Gehirn unterschied. Sie sahen zwar äußerlich so aus wie wir, doch ihre kognitiven Fähigkeiten, ihre Lernfähigkeit, ihr Gedächtnis und ihre kommunikative Kompetenz waren noch vergleichsweise begrenzt. Es hätte vermutlich wenig Zweck diesen Ur-Sapiens eine moderne Sprache beibringen, sie in einer Religion unterweisen oder ihnen die Evolutionstheorie erklären zu wollen. Umgekehrt würde es uns wahrscheinlich genauso schwerfallen, ihre Sprache zu lernen oder uns in ihren Kopf zu versetzen. Aber eines Tages, irgendwann vor 70.000 Jahren, begann der Homo Sapiens, erstaunliche Leistungen zu vollbringen. Damals verließen neue Gruppen von Sapiens den afrikanischen Kontinent. Dieses Mal vertrieben sie die Neandertaler und die übrigen Menschenarten, und zwar nicht nur aus dem Nahen Osten, sondern vom gesamten Planeten. Innerhalb kürzester Zeit breiteten sich die Sapiens bis nach Europa und Ostasien aus. Vor rund 45.000 Jahren gelang es ihnen, irgendwie das offene Meer zu überqueren und bis nach Australien vorzudringen, einen Kontinent, auf den bis dahin noch kein Mensch seinen Fuß gesetzt hatte. Sie erfanden Boote, Öllampen, Pfeil und Bogen und sogar Nadeln, mit denen sie sich warme Kleider nähen konnten. Die ersten Gegenstände, die man als Kunst und Schmuck bezeichnen kann, stammen aus dieser Zeit, genau wie die ersten Hinweise auf Religion, Handel und gesellschaftliche Schichten. Die meisten Forscher sehen in diesen beispiellosen Leistungen einen Hinweis darauf, dass die kognitiven Fähigkeiten des Homo Sapiens einen Quantensprung gemacht hatten. Die Menschen, die den Neandertaler ausrotteten, Australien besiedelten und den Löwenmenschen schnitzten, dachten und sprachen bereits so wie wir. Wenn wir den Schöpfern dieser Elfenbeinfigur begegnen würden, dann könnten sie unsere Sprache lernen und wir ihre. Wir könnten ihnen unser Wissen vermitteln, von Alice im Wunderland bis zur Wunderwelt der Quantenmechanik, und sie könnten uns erklären, wie sie die Welt sehen. Die Entstehung neuer Denk- und Kommunikationsformen in dem Zeitraum, der vor rund 70.000 Jahren begann und vor etwa 30.000 Jahren endete, wird als kognitive Revolution bezeichnet. Was war der Auslöser dieser Revolution? Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Die gängigste Theorie geht davon aus, dass zufällige Genmutationen die Kabel im Gehirn des Sapiens neu verschaltet hatten und dass sie deshalb lernen konnten, in noch nie dagewesener Weise zu denken und mit einer völlig neuen Form von Sprache zu kommunizieren. Diese Veränderung könnte man als Baum der Erkenntnis-Mutation bezeichnen. Aber warum passierte sie nur in den Genen des Homo Sapiens und nicht im Erbgut des Neandertalers? Soweit wir das heute beurteilen können, war das reiner Zufall. Aber es ist viel interessanter, sich die Folgen dieser Mutation anzusehen, als nach ihren Ursachen zu suchen. Was war denn so besonders an der neuen Sprache des Homo Sapiens, dass sie uns die Eroberung der Welt ermöglichte? Es war schließlich nicht die erste Sprache. Jedes Tier hat seine eigene Sprache. Selbst Insekten wie Bienen und Ameisen verwenden ausgeklügelte Kommunikationssysteme, um sich über Futterquellen zu verständigen. Es war noch nicht einmal die erste Lautsprache. Viele Tiere kommunizieren mit Hilfe von Lauten, darunter alle Affenarten. Grünmeerkatzen verständigen sich beispielsweise mit unterschiedlichen Schreien. Einen dieser Schreie übersetzten Affenforscher als Vorsicht Adler und einen anderen, der etwas anders klingt, mit Vorsicht Löwe. Als die Forscher einer Gruppe von Grünmeerkatzen eine Tonbandaufnahme des ersten Schreis vorspielten, hielten die Tiere inne und spähten ängstlich in den Himmel. Und als dieselben Affen eine Aufnahme der Löwenwarnung hörten, kletterten sie eilig den nächsten Baum hinauf. Sapiens können deutlich mehr unterschiedliche Laute hervorbringen als Grünmeerkatzen. Doch Wale und Elefanten haben ein ähnlich beeindruckendes Repertoire wie wir. Papageien können sämtliche Laute nachahmen, die wir von uns geben, und obendrein eine schier endlose Vielfalt anderer Geräusche wie klingelnde Telefone, zuschlagende Türen oder heulende Sirenen imitieren. Was ist also das Besondere an unserer Sprache? Eine mögliche Antwort ist die extreme Flexibilität. Mit einer begrenzten Zahl von Lauten und Zeichen können wir eine unendliche Zahl von Sätzen mit ihrer jeweils eigenen Bedeutung produzieren. Damit können wir gewaltige Mengen an Information über unsere Umwelt aufnehmen, speichern und weitergeben. Eine Grünmeerkatze kann ihren Artgenossen zurufen, Achtung Löwe. Aber ein Mensch kann seinen Stammesgenossen berichten, dass er heute Morgen in der Nähe der Flussbiegung einen Löwen gesehen hat, der eine Büffelherde beobachtete. Er kann den Ort genau beschreiben und erklären, wie man dorthin kommt. Mit dieser Information kann die Gruppe gemeinsam überlegen, ob sie sich zum Fluss aufmacht, um den Löwen zu vertreiben und werden. Götter, Nationen, Geld, Menschenrechte und Gesetze gibt es gar nicht. Sie existieren nur in unserer kollektiven Vorstellungswelt. Dass primitive Menschen ihre Gesellschaft zusammenhalten, indem sie an Geister glauben und bei Vollmond um ein Feuer herumtanzen, verstehen wir sofort. Dabei übersehen wir gern, dass die fortschrittlichen Institutionen unserer modernen Gesellschaft keinen Deut anders funktionieren. Ein gutes Beispiel sind die Großkonzerne. Im Grunde sind Unternehmer und Anwälte gar nichts anderes als mächtige Zauberer. Die Geschichten, die sich moderne Juristen erzählen, sind sogar noch viel sonderbarer als die der alten Schamanen. Warum das so ist, verrät uns die Legende von Peugeot? Auf vielen Straßen von Paris bis Sydney kann man eine Ikone bewundern, die entfernt an den Löwenmenschen aus dem Hohlensteinstadel erinnert. Es ist die Kühlerfigur von Autos der Marke Peugeot, einer der ältesten und größten Kraftfahrzeughersteller in Europa. Peugeot begann als kleiner Familienbetrieb im Tal von Valentinier, das rund 300 Kilometer von der Stadelhöhle entfernt im Westen von Frankreich liegt. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 200.000 Mitarbeiter, von denen sich die wenigsten je persönlich begegnet sind. Diese wildfremden Menschen arbeiten derart effektiv zusammen, dass Peugeot im Jahr 2008 mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge baute und einen Umsatz von rund 55 Milliarden Euro machte. Aber in welcher Form existiert dieses Unternehmen Peugeot eigentlich? Es gibt zwar viele Fahrzeuge von Peugeot, aber die sind natürlich nicht das Unternehmen. Selbst wenn alle Peugeots der Welt von einem Tag auf den anderen verschrottet und eingestampft werden, verschwindet das Unternehmen nicht. Es produziert weiter neue Autos und legt jedes Jahr eine Bilanz vor. Das Unternehmen besitzt Fabrikhallen, Maschinen und Ausstellungsräume und beschäftigt Fließbandarbeiter, Buchhalter und Sekretärinnen, aber auch diese sind, zusammengenommen, nicht das Unternehmen Peugeot. Wenn eine Katastrophe sämtliche Fließbänder und Bürogebäude zerstören und sämtliche Peugeot-Mitarbeiter auslöschen würde, dann könnte das Unternehmen Kredite aufnehmen, neue Mitarbeiter anstellen, neue Fabrikhallen bauen und neue Fließbänder anschaffen. Peugeot hat Manager und Aktionäre, aber auch die sind nicht das Unternehmen. Selbst wenn alle Manager gefeuert und alle Aktien verkauft werden sollten, würde das Unternehmen selbst nach wie vor existieren. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass Peugeot unverwundbar oder unsterblich wäre. Wenn ein Gericht heute die Zerschlagung des Unternehmens anordnen würde, dann blieben die Fabriken, Arbeiter, Buchhalter, Manager und Aktionäre zwar erhalten, aber Peugeot wäre von einem Moment auf den anderen verschwunden. Man könnte fast den Eindruck bekommen, als wäre Peugeot gar nicht Teil unserer physischen Realität. Existiert es denn überhaupt? In Wirklichkeit ist Peugeot ein Produkt unserer kollektiven Fantasie. Das Wort Fantasieprodukt meint etwas, das nur erfunden ist und das nur deshalb existiert, weil wir so tun, als würde es existieren. Aus diesem Grund sprechen Juristen von einer juristischen Fiktion. Das Unternehmen ist unsichtbar. Es handelt sich nicht um ein physisches Objekt. Trotzdem existiert es als juristische Person. Genau wie Sie und ich muss es sich an die Gesetze der Länder halten, in denen es Fahrzeuge herstellt und verkauft. Es kann Bankkonten eröffnen und Eigentum erwerben. Es zahlt Steuern und kann verklagt werden, und zwar völlig unabhängig von den Menschen, die es besitzen oder für es arbeiten. Peugeot gehört zu einer bestimmten Gruppe von juristischen Fiktionen, die als Gesellschaft mit beschränkter Haftung bezeichnet werden. Hinter diesen Unternehmen verbirgt sich eine der originellsten Erfindungen der Menschheit. Der Homo sapiens kam ungezählte Jahrtausende lang ohne diese Konstruktion aus. Bis vor relativ kurzer Zeit konnten nur Menschen aus Fleisch und Blut Eigentum erwerben. Wenn Jean im Frankreich des 13. Jahrhunderts eine Werkstatt zum Bau von Fuhrwerken gründete, dann war er das Unternehmen. Wenn ein Fuhrwerk, das Jean gebaut hatte, eine Woche nach dem Verkauf auseinanderfiel, dann machte der verärgerte Kunde ihn höchstpersönlich dafür verantwortlich. Wenn sich Jean tausend Goldmünzen geliehen hatte, um seine Werkstatt zu eröffnen, und nun Pleite ging, dann musste er diesen Kredit zurückzahlen, indem er sein privates Eigentum verkaufte, sein Haus, seine Kuh und seinen Acker. Vielleicht musste er sogar das eine oder andere Kind in die Knechtschaft verkaufen. Und wenn er seine Schulden damit immer noch nicht begleichen konnte, dann wurde er in den Schuldturm gesteckt oder von seinen Gläubigern in die Sklaverei verkauft. Jean musste für sämtliche Verpflichtungen seiner Werkstatt haften, und zwar bis zum letzten Pfennig. Zu Jeans Zeiten hätten sie es sich vermutlich reiflich überlegt, ehe sie ein Unternehmen gegründet hätten. Tatsächlich schreckte diese rechtliche Situation viele ab, sich als Unternehmer zu betätigen. Die meisten Menschen hatten Angst, dieses wirtschaftliche Risiko auf sich zu nehmen. Die Gefahr war einfach zu groß, damit sich und ihre ganze Familie ins Elend zu stürzen. Daher stellten sich die Menschen kollektiv ein Unternehmen vor, das nur noch beschränkte Haftung übernahm. Dieses Unternehmen war rechtlich unabhängig von den Menschen, die es gründeten, leiteten oder finanzierten. In den vergangenen Jahrhunderten wurden Unternehmen dieser Art zu den wichtigsten Protagonisten der Wirtschaft. Und inzwischen haben wir uns so sehr an sie gewöhnt, dass wir völlig vergessen haben, dass sie nur in unserer Fantasie existieren. Im Gesetz werden diese Unternehmen auch als Körperschaften bezeichnet, was eigentlich ironisch ist, denn diese Bezeichnung kommt vom Wort Körper, und genau den haben diese Unternehmen ja gerade nicht. Trotzdem behandelt das Gesetz sie genauso, als handele es sich um Menschen aus Fleisch und Blut. Die Büffel zu jagen. Eine zweite Theorie geht ebenfalls davon aus, dass sich unsere Sprache entwickelte, um Informationen über die Umwelt auszutauschen. Doch nach dieser Theorie ging es den Menschen nicht darum, sich über Löwen und Büffel zu unterhalten, sondern über ihre Artgenossen. Mit anderen Worten dient unsere Sprache vor allem der Verbreitung von Klatsch und Tratsch. Der Homo sapiens ist ein Herdentier, und die Kooperation in der Gruppe ist entscheidend für das Überleben und die Fortpflanzung. Dazu reicht es nicht aus, zu wissen, wo sich Löwen und Büffel aufhalten. Es ist viel wichtiger zu wissen, wer in der Gruppe wen nicht leiden kann, wer mit wem schläft, wer ehrlich ist und wer andere beklaut. Es ist ganz erstaunlich, wie viel Information man aufnehmen und im Kopf haben muss, um das sich ständig verändernde Beziehungsgeflecht zwischen einigen Dutzend Personen im Blick zu behalten. In einer Gruppe von 50 Menschen gibt es allein 1225 Zweierbeziehungen und eine schier unüberschaubare Vielzahl von Dreiecks, Vierecks und anderen Übereckbeziehungen. Sämtliche Affenarten haben großes Interesse an sozialen Informationen, aber keine kann so gut klatschen wie wir. Neandertaler und die ersten Sapiens waren vermutlich noch nicht besonders geübt darin, hinter vorgehaltener Hand über andere zu reden, eine Fähigkeit, die in letzter Zeit etwas in Misskredit geraten ist, obwohl sie eine entscheidende Voraussetzung für die Zusammenarbeit in größeren Gruppen ist. Mit der neuen Sprachkompetenz, die der moderne Homo sapiens vor rund 70.000 Jahren erwarb, konnte er dagegen stundenlang über andere tratschen. Mit Hilfe von verlässlichen Informationen über zuverlässige Mitmenschen konnten die Sapiens ihre Gruppen stark erweitern, enger miteinander zusammenarbeiten und komplexere Formen der Zusammenarbeit entwickeln. So witzig die Klatschtheorie vielleicht klingen mag, sie wird von vielen Untersuchungen bestätigt. Machen wir uns nichts vor. Unsere E-Mails, Telefongespräche oder Zeitungsberichte bestehen bis heute zum größten Teil aus Klatsch. Dass er uns so leicht über die Lippen kommt, lässt vermuten, dass sich die Sprache tatsächlich zu diesem Zweck entwickelt haben könnte. Sie glauben doch nicht etwa, dass sich Geschichtswissenschaftler beim Mittagessen nur über historische Ereignisse austauschen oder dass Physiker ihre Kaffeepause mit der Erörterung von Quarks zu bringen. Natürlich nicht. Sie unterhalten sich über die Professorin, die ihren Mann mit einer anderen erwischt hat, über den Streit zwischen dem Fachbereichsleiter und der Dekanin oder über das Gerücht, dass sich ein Kollege von den Forschungsgeldern der Studienstiftung einen Mercedes gekauft hat. Klatsch beschäftigt sich vor allem mit Fehltritten. Die ersten Journalisten waren Klatschbasen, die den Rest der Gruppe vor Betrügern, Hochstaplern und Schnorrern warnten. Beide Hypothesen, die Klatschtheorie und die Löwe-am-Flusstheorie, haben einiges für sich. Doch das wirklich Einmalige an unserer Sprache ist nicht, dass wir damit Information über Menschen und Löwen weitergeben können. Das Einmalige ist, dass wir uns über Dinge austauschen können, die es gar nicht gibt. Soweit wir wissen, kann nur der Sapiens über Möglichkeiten spekulieren und Geschichten erfinden. Legenden, Mythen, Götter und Religionen tochen erstmals mit der kognitiven Revolution auf. Viele Tier- und Menschenarten konnten Vorsicht Löwe rufen, aber dank der kognitiven Revolution konnte nur der Sapiens sagen, der Löwe ist der Schutzgeist unseres Stammes. Nur mit der menschlichen Sprache lassen sich Dinge erfinden und weitererzählen. Man könnte sie deshalb als fiktive Sprache bezeichnen. Nur der Mensch kann über etwas sprechen, das gar nicht existiert und noch vor dem Frühstück sechs unmögliche Dinge glauben. Einen Affen würden sie jedenfalls nie im Leben dazu bringen, ihnen eine Banane abzugeben, indem sie ihm einen Affenhimmel ausmalen und grenzenlose Bananenschätze nach dem Tod versprechen. Auf so einen Handel lassen sich nur Sapiens ein. Aber warum ist diese fiktive Sprache dann so wichtig? Sind Fantasiegeschichten nicht gefährlich und irreführend? Ist es nicht pure Zeitverschwendung, sich Legenden über Einhörner auszudenken? Und würden wir unsere Zeit mit Jagen, Kämpfen und Vögeln nicht viel besser nutzen? Gefährdet es nicht sogar unser Überleben, wenn wir uns den Kopf mit Märchen füllen? Aber mit der fiktiven Sprache können wir uns nicht nur Dinge ausmalen, wir können sie uns vor allem gemeinsam gemeinsam vorstellen. Wir können Mythen erfinden wie die Schöpfungsgeschichte der Bibel, die Traumzeit der Aboriginals oder die nationalistischen Mythen der modernen Nationalstaaten. Diese und andere Mythen verleihen dem Sapiens die beispiellose Fähigkeit, flexibel und in großen Gruppen zusammenzuarbeiten. Ameisen und Bienen arbeiten zwar auch in großen Gruppen zusammen, doch sie spulen nur starre Programme ab und kooperieren nur mit ihren Geschwistern. Schimpansen sind flexibler als Ameisen, doch auch sie arbeiten nur mit einigen wenigen Artgenossen zusammen, die sie gut kennen. Sapiens sind dagegen ausgesprochen flexibel und können mit einer großen Zahl von wildfremden Menschen kooperieren. Und genau deshalb beherrschen die Sapiens die Welt, während Ameisen unsere Essensreste verzehren und Schimpansen in unseren Zoos und Forschungslabors herumhocken. Die Peugeot-Legende Unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, leben in kleinen Gruppen mit wenigen Dutzend Artgenossen. Sie pflegen enge Freundschaften und kämpfen Seite an Seite gegen Paviane, Geparden und feindliche Schimpansen. Ihre Rudel sind hierarchisch organisiert und das Leittier, fast immer ein Männchen, wird als Alpha bezeichnet. Andere Männchen und Weibchen demonstrieren diesem Alpha-Männchen ihre Unterwürfigkeit, indem sie sich vor ihm ducken und dabei Grunzlaute ausstoßen. Fast wie menschliche Untertanen, die sich vor dem König auf den Boden werfen. Das Alpha-Männchen ist darum bemüht, die Harmonie in der Horde zu erhalten. Wenn sich zwei Schimpansen in die Haare bekommen, geht er dazwischen und trennt die Streitenden. In seinen weniger sozialen Momenten beansprucht er die besten Leckerbissen für sich und hindert seinen männlichen Untergebenen daran, sich mit den Weibchen zu paaren. Wenn sich zwei Männchen um die Alpha-Position streiten, schmieden sie in der Regel große Allianzen von männlichen und weiblichen Unterstützern innerhalb der Gruppe. Die verbündeten Familienmitglieder pflegen ihre Beziehung in täglichem und intimem Kontakt, indem sie einander umarmen, berühren, küssen und lausen. Sie erweisen sich gegenseitig Gefälligkeiten und helfen einander aus der Patsche. Normalerweise setzt sich das Alpha-Männchen nicht deshalb an die Spitze des Rudels, weil es das Stärkere ist, sondern weil es sich ein großes und stabiles Unterstützernetzwerk aufgebaut hat. Gruppen, die über diese intimen Bündnisse zusammengehalten werden, können eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Wenn sie funktionieren sollen, müssen sich die einzelnen Angehörigen gut kennen. Zwei Schimpansen, die einander nie gesehen, nie miteinander gekämpft und einander nie die Läuse aus dem Pelz gesucht haben, wissen nicht, ob sie einander über den Weg trauen können, ob es sich lohnt, dem anderen zu helfen oder welcher der beiden in der Rangordnung über dem anderen steht. Mit zunehmender Größe der Gruppe wird die soziale Bindung immer schwächer, bis sich irgendwann eine Untergruppe abspaltet und ein eigenes Rudel bildet. In der Natur besteht eine Schimpansenhorde aus 20 bis 50 Tieren. Größere Gruppen sind instabil und nur in wenigen Fällen haben Zoologen in freier Wildbahn Rudel mit mehr als 100 Tieren gesichtet. Die verschiedenen Gruppen arbeiten nur selten zusammen und konkurrieren eher um Territorien und Futter. Forscher haben sogar Kriege zwischen verschiedenen Horden beobachtet und beschreiben regelrechte Völkermorde, wenn eine Horde eine andere systematisch ausrottete. Das Sozialleben der Frühmenschen sah ganz ähnlich aus und die ersten Homo sapiens waren keine Ausnahme. Auch Menschen haben soziale Instinkte und dank ihrer konnten unsere Vorfahren Freundschaften knüpfen, Hierarchien aufbauen und gemeinsam jagen und kämpfen. Wie bei den Schimpansen waren diese sozialen Instinkte der Frühmenschen nur auf kleine und intime Gruppen ausgelegt. Wenn eine Gruppe zu groß wurde, verlor sie an Zusammenhalt und teilte sich irgendwann auf. Selbst wenn es in einem besonders fruchtbaren Tal genug Nahrung für 500 Menschen gab, konnten unmöglich so viele Fremde zusammenleben. Wie sollten sie sich auf einen Rudelführer einigen? Wer sollte wo jagen? Wer durfte sich mit wem paaren? Nach der kognitiven Revolution lernten die Menschen, mit Hilfe des Klatsches größere und stabilere Gruppen zu bilden. Aber auch der Klatsch hat seine Grenzen. Soziologen haben in Untersuchungen herausgefunden, dass eine natürliche Gruppe, die nur von Klatsch zusammengehalten wird, maximal aus 150 Personen bestehen kann. Mit mehr Menschen können wir keine engen Beziehungen pflegen und über mehr Menschen können wir nicht effektiv tratschen. Das ist bis heute die magische Obergrenze unserer natürlichen Organisationsfähigkeit. Bis zu einer Größe von 150 Personen reichen enge Bekanntschaften und Gerüchte als Kit für Gemeinschaften, Unternehmen, soziale Netzwerke und militärische Einheiten aus. Und es sind keine Rangabzeichen, Titel und Gesetzbücher nötig, um Ordnung zu halten. Beim Militär kann ein Zug mit 30 oder eine Kompanie mit 100 Soldaten auf der Grundlage von engen Beziehungen funktionieren und benötigt nur ein Minimum von Befehl und Gehorsam. Ein erfahrener Feldwebel kann zur Mutter der Kompanie werden und sogar ranghöhere Offiziere hören auf ihn. Ein kleines Familienunternehmen kann auch ohne Aufsichtsrat, Vorstandsvorsitzenden und Finanzvorstand ein Vermögen verdienen. Aber sobald die magische Grenze von 150 überschritten ist, funktioniert dieses Prinzip nicht mehr. Eine Division mit 10.000 Soldaten lässt sich nicht so führen wie eine Kompanie. Erfolgreiche Familienunternehmen geraten in eine Krise, sobald sie expandieren und mehr Personal einstellen müssen. Wenn sie sich nicht neu erfinden können, gehen sie pleite. Aber wie gelang es dem Homo sapiens, diese kritische Schwelle zu überwinden? Wie schaffte er es, Städte mit zehntausenden Einwohnern und Riesenreiche mit Millionen von Untertanen zu gründen? Sein Erfolgsgeheimnis war die fiktive Sprache. Eine große Zahl von wildfremden Menschen kann effektiv zusammenarbeiten, wenn alle an gemeinsame Mythen glauben. Jede groß angelegte menschliche Unternehmung, angefangen von einem archaischen Stamm über eine antike Stadt bis zu einer mittelalterlichen Kirche oder einem modernen Staat, ist fest in gemeinsamen Geschichten verwurzelt, die nur in den Köpfen der Menschen existieren. Glaubensgemeinschaften basieren auf diesen kollektiven Mythen. Zwei Katholiken, die einander nie zuvor begegnet sind, verstehen einander ohne lange Erklärungen, weil beide glauben, dass es einen Gott gibt, der seinen Sohn auf die Erde geschickt hat und dass dieser sich kreuzigen ließ, um die Menschheit von ihren Sünden zu erlösen. Zwei Serben, die einander nicht kennen, verstehen sich problemlos, weil sie beide an die Existenz der serbischen Nation, des serbischen Territoriums und der serbischen Flagge glauben. Konzerne basieren auf gemeinsamen wirtschaftlichen Mythen. Zwei Mitarbeiter von Google, die einander noch nie gesehen haben, können um den halben Erdball hinweg zusammenarbeiten, weil sie an die Existenz von Google, Aktien und Dollars glauben. Rechtsstaaten fußen auf gemeinsamen juristischen Mythen. Zwei wildfremde Anwälte können effektiv kooperieren, weil sie an die Existenz von Recht, Gesetz und Menschenrechten glauben. Diese Dinge existieren jedoch nur in den Geschichten, die wir Menschen erfinden und einander erzählen.